Ich habe mal etwas anderes vorbereitet, ein schlimmer Albtraum, der zur Realität werden könnte. Wir schreiben den 17.07.2025. Ich bin verwundet, habe Hunger und Durst. Die letzten Wochen waren eine Odyssee für Körper und Seele. Dabei wollte ich doch nur eine kleine Geburtstagsfeier organisieren und mit den noch vorhandenen Freunden gemütlich zusammen sein. Was war passiert? Ich bin mit meinem Fahrrad-Samt-Fahrrad-Anhänger zu Kaufland gefahren. Dieses Unterfangen brachte mir eine Verletzung ein. Bei der Kontrolle meines QR-Codes schlug plötzlich die Türverriegelung von Kaufland zu. Zwei Riesen in schwarzer Uniform mit der Aufschrift Security waren dann auch sofort in Begleitung eines Hunderebotters zur Stelle. Ich sah schon das blanke Chaos auf mich zukommen und den erneuten Aufenthalt für die nächste Woche in der Idiotenanstalt. So nennen wir die Zwangseinrichtung zur Umerziehung und Zwangsimpfung. Da erkannte ich einen der beiden Kraftprotze. Ich hatte ihn doch ein paar Mal auf unserer Montagsdemo gesehen. Ich witterte eine Mini-Chance. Als die beiden mich dann erst einmal mit Kabelbinder festgesetzt hatten, flüsterte ich dem einen Bekannten, Hey, wir kennen uns doch. Ein kleines Kopfnicken weckte in mir Hoffnung. Ich sagte leise, dass er doch mal in meine Hemdtasche kontrollieren fassen soll, wo ich einen Goldpfennig als Notreserve versteckte. Ob er dafür Verwendung hat, denn das hier ist offensichtlich ein sehr häufig vorkommender Fehler der Sicherheitseinrichtung. Leider war hier nichts mehr zu machen, denn sein Kollege hatte bereits eine digitale Identifikation überprüft. Das Ergebnis hörte sich gruselig an. Ich empfand es als eine Einstufung als Ausschuss der Menschheit. Er sagte, Impfstatus, die letzten zwei Pflichtimpfungen offen, Bewegungsraum, um 300 Meter verletzt, Kontostand, 0 digitale Euro aktiv, 10.000 digitale Euro passiv. Das heißt, vor einem Jahr wurden meine Ersparnisse auf digitale Euro umgestellt und ich habe derzeit 0 Euro zur freien Verfügung. Wenn Sie jetzt meine zwei Pflichtimpfungen reindrücken werden, werden 200 digitale Euro freigeschaltet. Die Gedanken rattern in meinem Kopf. Wie kann ich das jetzt nur noch verhindern? Mein Status ärztlicher Versorgung wird durch die ID 2B R4V abgelehnt. Damit meinen die mich, mein Name und die Herkunft sind nicht mehr wichtig, nur eine Nummer. Wohnung, Enteignungsverfahren nach Klimarichtlinien und fehlender Grundsteuerzahlung eingeleitet. Rente wird eingezogen, weil zwei Verfahren wegen Majestätsbeleidigung und Organisation illegaler Versammlungen anhängig sind. Kulturfreigabe, kein Zutritt zu sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, Grundhausarrest, Zusatzbemerkung, Restaurantverbot, Wahlrechtsstatus, Entzogen, Reisefreiheit, Entzogen, Tierhaltung, Entzogen, Fahrzeughaltung, Entzogen, Stromzugang, Abgeschaltet, Wärmeversorgung, Notversorgung. Da war ich nun festgesetzt. Der Schweiß ran aus meinen ganzen Hautpornen. Der Goldpfennig sollte auch nicht mehr helfen. Mein Kopf ratterte und ratterte. Die Sirene des automatischen Polizeiabtransportes war schon zu hören. Was machen? Ich stand auf und sah mein Schicksal entgegen. Da kam plötzlich so eines der grün-neureichen Elektro-Porsche um die Ecke gerauscht. Meine Rettung! Mit einem Satz war ich vor den quietschenden Reifen. Dann wurde ich wach. Ist das alles nur ein Albtraum? Ist das alles unmöglich? All das kann schneller Realität werden, als wir glauben. Ich stehe deshalb auf der Straße und fordere Besinnung. Besinnung für das Leben. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020